Es war gut, dass ich diesen Tag nach Kräften genoss, verträumte und versank. Abends trank ich sogar im Adlergarten einen Schoppen vom besten alten Roten. Als ich tags darauf bei den Marmorleuten vorsprach, war dort alles im alten, kühlen Zustand. Vor dem Anblick der Wohnstube, der Möbel und der ruhig ernsten Helene stob meine Sicherheit und mein Siegesmut davon. Ich saß da, wie ein armer Reisender auf der Treppe sitzt und ging nachher davon wie ein nasser Hund, jammervoll nüchtern. Passiert war nichts. Helene war sogar ganz freundlich gewesen, aber von dem gestrigen Gefühl war nichts mehr da. An diesem Tage begann die Sache für mich bitter ernst zu werden. Ich hatte eine Ahnung vom Glück vorausgeschmeckt. Nun verzehrte mich die Sehnsucht, wie ein gieriger Hunger. Schlaf und Seelenruhe waren dahin. Die Welt versank um mich her und ich blieb abgetrennt in einer Einsamkeit und Stille zurück, in der ich nichts vernahm als das leise und laute Schreien meiner Leidenschaft. Mir hatte geträumt, das große, schöne, ernste Mädchen käme zu mir und lege sich an meine Brust. Jetzt streckte ich weinend und fluchend die Arme ins Leere aus und schlich bei Tag und Nacht um die Marmormühle, wo ich kaum mehr einzukehren wagte. Es half nichts, dass ich mir vom Verwalter Becker ohne Widerspruch die spöttische Predigt einer glaubenslosen Nüchternheit gefallen ließ. Es half nichts, dass ich Stunden um Stunden durch die Bruthitze über Feld lief oder mich in die kalten Waldbäche legte, bis mir die Zähne klapperten. Es half auch nichts, dass ich am Samstagabend mich an einem Raufhandel im Dorf beteiligte und den Leib voller Beulen gehauen bekam. Und die Zeit lief weg wie Wasser. Noch vierzehn Tage Ferien, noch zwölf, noch zehn. Zweimal in dieser Zeit ging ich in die Sägerei. Das eine Mal traf ich nur den Vater an, ging mit ihm zur Säge und sah stumpfsinnig zu, wie ein neuer Block eingespannt wurde. Herr Lampard ging in den Vorratsschuppen hinüber, um irgendetwas zu besorgen und als er nicht gleich wiederkam, lief ich fort und hatte im Sinn, nimmer herzukommen. Trotzdem stand ich nach zwei Tagen wieder da. Helene empfing mich wie immer und ich konnte den Blick nicht von ihr lassen. In meiner fahrigen und haltlosen Stimmung kramte ich gedankenlos eine Menge von dummen Witzen, Redensarten und Anekdoten aus, die sie sichtlich ärgerten. Warum sind sie heute so? fragte sie schließlich und sah mich so schön und offen an, dass mir das Herz zu schlagen begann. Wie denn? fragte ich und der Teufel wollte, dass ich dabei zu lachen versuchte. Das missglückte Lachen gefiel ihr nicht. Sie zuckte die Achseln und sah traurig aus. Mir war ein Augenblick, sie habe mich gern gehabt und mir entgegenkommen wollen und sei nun darum betrübt. Eine Minute lang schwieg ich beklommen. Da war der Teufel wieder da, dass ich in die vorige Narrenstimmung zurückfiel und wieder ins Geschwätz geriet, von dem jedes Wort mir selber wehtat und das Mädchen ärgern musste. Und ich war jung und dumm genug, meinen Schmerz und meine widersinnige Narheit fast wie ein Schauspiel zu genießen und dem Buben trotz die Kluft zwischen mir und ihr wissentlich zu vergrößern, statt mir lieber die Zunge abzubeißen oder Helene um Verzeihung zu bitten. Dann verschluckte ich mich in der Hast am Wein, musste husten und verließ die Stube und Haus elender als jemals. Nun waren von meiner Ferienzeit nur noch acht Tage übrig. Es war ein so schöner Sommer. Es hatte alles so verheißungsvoll und heiter angefangen. Jetzt war meine Freude dahin. Was sollte ich noch mit den acht Tagen anfangen? Ich war entschlossen, schon morgen abzureisen. Aber vorher musste ich noch einmal in ihr Haus. Ich musste noch einmal hingehen, ihre kraftvoll edle Schönheit anschauen und ihr sagen, Ich habe dich lieb. Warum hast du mit mir gespielt? Zunächst ging ich zu Gustav Becker auf den Ripperer Hof, den ich neuerdings etwas vernachlässigt hatte. Er stand in seiner großen, kahlen Stube an einem lächerlich schmalen Stehpult und schrieb Briefe. Ich will dir Adieu sagen, sagte ich. Wahrscheinlich gehe ich schon morgen fort. Weißt du, es muss jetzt wieder an ein strammes Arbeiten gehen. Zu meiner Verwunderung machte der Verwalter gar keine Witze. Er schlug mir auf die Schulter, lächelte fast mitleidig und sagte, So, so, ja, dann geh in Gottes Namen, Junge. Und als ich schon unter der Tür war, zog er mich noch einmal in die Stube zurück und sagte, Du, hör mal, du tust mir leid. Aber dass mit dem Mädchen nichts werden würde, habe ich gleich gewusst. Du hast da so je und je deine Weisheitssprüche verzapft. Halte dich jetzt dran und bleib im Sattel, wenn dir auch der Schädel brummt. Das war Vormittag. Den Nachmittag saß ich im Moos am Abhang, steil über der Sattelbachschlucht und schaute auf den Bach und die Werke und auch auf das Lampert'sche Haus hinunter. Ich ließ mir Zeit, Abschied zu nehmen und zu träumen und nachzudenken, namentlich über das, was Becker mir gesagt hatte. Mit Schmerzen sah ich die Schlucht und die paar Dächer unten liegen, den Bach glänzen und die weiße Fahrstraße im leichten Winde stäuben. Ich bedachte, dass ich nun für eine lange Zeit nicht hierher zurückkommen würde, während hier Bach und Mühlwerke und Menschen ihren stetigen Lauf weitergingen. Vielleicht wird Helene einmal ihre Resignation und Schicksalsruhe wegwerfen und ihrem inneren Verlangen nach ein kräftiges Glück oder Leid ergreifen und sich daran sättigen. Vielleicht, wer weiß, wird auch mein eigener Weg noch einmal sich aus Schluchten und Talgewirren hervorwinden in ein klares, weites Land der Ruhe. Wer weiß. Ich glaubte nicht daran. Mich hatte zum ersten Mal eine echte Leidenschaft in die Arme genommen und ich wusste keine Macht in mir stark und edel genug, sie zu besiegen. Es kam mir der Gedanke, lieber abzureisen, ohne noch einmal mit Helene zu sprechen. Das war gewiss das Beste. Ich nickte ihrem Haus und Garten zu, beschloss, sie nicht mehr sehen zu wollen und blieb Abschied nehmend bis gegen den Abend in der Höhe liegen. Träumerisch ging ich weg, waldabwärts, oft in der Steile strauchelnd und erwachte erst mit heftigem Erschrecken aus meiner Versunkenheit, als meine Schritte auf den Marmorsplittern des Hofes krachten und ich mich vor der Tür stehend fand, die ich nicht mehr hatte sehen und anrühren wollen. Aber nun war es zu spät. Ohne zu wissen, wie ich hereingekommen war, saß ich dann innen in der Dämmerung am Tisch und Helene saß mir gegenüber, mit dem Rücken gegen das Fenster, schwieg und sah in die Stube hinein. Es kam mir vor, ich sitze schon lange so da und habe schon stundenlang gehockt und geschwiegen und indem ich jetzt aufschrag, kam mir plötzlich zum Bewusstsein, es sei das letzte Mal. Ja, sagte ich, ich bin nun am Adieu sagen, meine Ferien sind aus. Ach! Und wieder war alles still. Man hörte die Arbeiter im Schuppen hantieren, auf der Straße fuhr ein Lastwagen langsam vorbei und ich horchte ihm nach, bis er um die Biegung war und verklang. Ich hätte gern dem Wagen noch lange, lange nachgelauscht. Nun riss es mich vom Stuhl auf, ich wollte gehen. Ich trat zum Fenster hinüber, auch sie stand auf und sah mich an. Ihr Blick war fest und ernst und wich mir eine ganze Weile nicht aus. Wissen Sie nimmer, sagte ich, damals im Garten? Ja, ich weiß, sagte sie. Helene, damals meinte ich, Sie hätten mich lieb. Und jetzt muss ich gehen. Sie nahm meine ausgestreckte Hand und zog mich ans Fenster. Lassen Sie sich noch einmal ansehen, sagte sie und bog mit der linken Hand mein Gesicht in die Höhe. Dann näherte sie ihre Augen den Meinen und sah mich seltsam fest und steinern an. Und da mir nun ihr Gesicht so nahe war, konnte ich nicht anders und legte meinen Mund auf ihren. Da schloss sie die Augen und gab mir den Kuss zurück und ich legte den Arm um sie, zog sie fest an mich und fragte leise, Schatz, warum erst heute? Nicht reden, sagte sie. Geh jetzt fort und komm in einer Stunde wieder. Ich muss drüben nach den Leuten sehen. Der Vater ist heute nicht da. Ich ging und schritt davon, talabwärts durch unbekannte, merkwürdige Gegenden, zwischen blendend lichten Wolkenbildern, hörte nur wie im Traum zuweilen den Sattelbach rauschen und dachte an lauter, ganz entfernte, wesenlose Dinge, an kleine, drollige oder rührende Szenen aus meiner Kleinkinderzeit und dergleichen, die aus den Wolken heraus mit halbem Umriss entstanden und ehe ich sie ganz erkennen konnte, wieder unterging. Ich sang auch im Gehen ein Lied vor mich hin, aber es war ein gewöhnlicher Gassenhauer. So irrte ich in fremden Räumen, bis eine seltsame, süße Wärme mich wohlig durchdrang und die große, kräftige Gestalt Helenes vor meinen Gedanken stand. Da kam ich zu mir, fand mich weit unten im Tal bei anbrechender Dämmerung und eilte nun schnell und freudig zurück. Sie wartete schon, ließ mich durch Haustor und Stubentür ein, da setzten wir uns beide auf den Tischrand, hielten unsere Hände ineinander und sprachen kein Wort. Es war lau und dunkel, ein Fenster stand offen, in dessen Höhe über dem Bergwald ein schmaler Strich des blassen Himmels schimmerte, von spitzigen Tannenkronen schwarz durchschnitten. Wir spielten jedes mit des anderen Fingern und mich überlief bei jedem leichten Druck ein Schauer von Glück. Helene! Ja! Oh, du! Und unsere Finger tasteten aneinander, bis sie stille wurden und ruhig ineinander lagen. Ich schaute auf den bleichen Himmelsspalt und nach einer Zeit, als ich mich umwandte, sah auch sie dorthin und sah mitten im Dunkeln ein schwaches Licht von dort her in ihren Augen und in zwei großen, unbeweglich an ihren Lidern hängenden Tränen wieder glänzen. Die küßte ich langsam hinweg und wunderte mich, wie kühl und salzig sie schmeckten. Da zog sie mich an sich, küßte mich lang und mächtig und stand auf. Es ist Zeit! Jetzt musst du gehen! Und als wir unter der Tür standen, küßte sie mich plötzlich noch einmal mit heftiger Leidenschaft und dann zitterte sie so, dass es auch mich schüttelte und sagte mit einer kaum mehr hörbaren, erstickenden Stimme, Geh! Geh! Hörst du? Geh jetzt! Und als ich draußen stand, Adieu, du! Komm nimmer! Komm nicht wieder! Adieu! Ehe ich etwas sagen konnte, hatte sie die Tür zugezogen. Mir war bang und unklar ums Herz, doch überwog mein großes Glücksgefühl, das mich auf dem Heimweg wie ein Flügelbrausen umgab. Ich ging mit schallenden Tritten, ohne es doch zu spüren, und daheim tat ich die Kleider ab und legte mich im Hemd ins Fenster. So eine Nacht möchte ich noch einmal haben. Der laue Wind tat mir wie eine Mutterhand. Vor dem hochgelegenen Fensterchen flüsterten und dunkelten die großen, runden Kastanienbäume. Ein leichter Felderduft wehte hin und wieder durch die Nacht, und in der Ferne flog das Wetterleuchten golden zitternd über den schweren Himmel. Ein leises, fernes Donnern tönte je und je herüber, schwach und von fremdartigem Klang, als ob irgendwo weit weg die Wälder und Berge im Schlafe sich regten und schwere, müde Traumworte leilten. Das alles sah und hörte ich wie ein König von meiner hohen Glücksburg herab. Es gehörte mir und war nur da, um meiner tiefen Lust ein schöner Rastort zu sein. Mein Wesen atmete in Wonne auf und verlor sich wie ein Liebesvers hinströmend und doch unerschöpft in die Nachtweite über das schlafende Land, an die Ferne leuchtenden Wolken streifend, von jedem aus der Schwärze sich wölbenden Baum und von jedem matten Hügelfirst wie von Liebeshänden berührt. Es ist nichts, um es mit Worten zu sagen, aber es lebt noch unverloren in mir weiter. Und ich könnte, wenn es dafür eine Sprache gäbe, jede in die Dunkelheit verlaufende Bodenwelle, jedes Wipfelgeräusch, die Adern der entfernten Blitze und den geheimen Rhythmus des Donners noch genau beschreiben. Nein, ich kann es nicht beschreiben. Das Schönste und Innerlichste und Köstlichste kann man ja nicht sagen. Aber ich wollte, jene Nacht käme mir noch einmal wieder. Wenn ich vom Verwalter Becker nicht schon Abschied genommen hätte, wäre ich gewiss am folgenden Morgen zu ihm gegangen. Stattdessen trieb ich mich im Dorf herum und schrieb dann einen langen Brief an Helene. Ich meldete mich auf den Abend an und machte ihr eine Menge Vorschläge, setzte ihr genau und ernsthaft meine Umstände und Aussichten auseinander und fragte sie, ob sie es für gut halte, dass ich gleich mit ihrem Vater rede oder ob wir damit noch warten wollten, bis ich der in Aussicht stehenden Anstellung und damit der nächsten Zukunft sicher wäre. Und abends ging ich zu ihr. Der Vater war wieder nicht da. Es war seit einigen Tagen einer seiner Lieferanten in der Gegend, der ihn in Anspruch nahm. Ich küßte meinen schönen Schatz, zog ihn in die Stube und fragte nach meinem Brief. Ja, sie hatte ihn erhalten. Und was sie darüber denke? Sie schwieg und sah mich flehentlich an. Und da ich in sie drang, legte sie mir die Hand auf den Mund, küßte mich auf die Stirn und stöhnte leise, aber so jammervoll, dass ich mir nicht zu helfen wusste. Auf all mein zärtliches Fragen schüttelte sie nur den Kopf, lächelte dann aus ihrem Schmerz heraus, merkwürdig weich und fein, schlang den Arm um mich und saß wieder mit mir, ganz wie gestern, schweigend und hingegeben. Sie lehnte sich fest an mich, legte den Kopf an meine Brust und ich küßte sie langsam, ohne etwas denken zu können, auf Haar und Stirn und Wange und Nacken, bis mir schwindelte. Ich sprang auf. Also soll ich morgen mit deinem Vater reden oder nicht? Nein, sagte sie. Bitte nicht. Warum denn? Hast du Angst? Sie schüttelte den Kopf. Also warum denn? Lass nur, lass. Rede nicht davon. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Da saßen wir und hielten uns still umfangen und während sie sich an mich schmiegte und bei jeder Liebkosung den Atem anhielt und schauderte, ging ihre Bedrücktheit und Schwermut auf mich über. Ich wollte mich wehren und redete ihr zu, an mich und ihr Glück zu glauben. Ja, ja, nickte sie. Nicht davon reden. Wir sind ja jetzt glücklich. Darauf küßte sie mich mehrmals mit stumpfer Kraft und Glut und hing dann erschlaffend und müde in meinem Arm. Und als ich gehen musste und als sie mir in der Tür mit der Hand übers Haar strich, sagte sie mit halber Stimme, Adieu, Schatz. Komm morgen nicht. Komm gar nicht wieder, bitte. Du siehst doch, dass es mich unglücklich macht. Mit einem quälenden Zwiespalt im Herzen ging ich heim und vergrübelte die halbe Nacht. Warum wollte sie nicht glauben und glücklich sein? Ich musste an das denken, was sie mir schon vor einigen Wochen einmal gesagt hatte. Wir Frauen sind nicht so frei wie ihr. Man muss tragen lernen, was über einem verhängt ist. Was war denn über sie verhängt? Das musste ich jedenfalls wissen und darum schickte ich ihr am Vormittag einen Zettel und wartete abends, als das Werk stillstand und die Arbeiter alle gegangen waren hinter dem Schuppen bei den Marmorblöcken. Sie kamen spät und zögernd herüber. Warum bist du gekommen? Lass es genug sein. Der Vater ist drin. Nein, sagte ich. Du musst mir jetzt sagen, was du auf dem Herzen hast. Alles und alles. Ich gehe nicht eher weg. Helene sah mich ruhig an und war so blass wie die Steinplatten, vor denen sie stand. Quäl mich nicht, flüsterte sie mühsam. Ich kann dir nichts sagen. Ich will nicht. Ich kann dir nur sagen, reise ab, heute oder morgen und vergiss das, was jetzt ist. Ich kann nicht dir gehören. Sie schien trotz der lauen Juliabendluft zu frieren. So zitterte sie. Schwerlich habe ich je eine ähnliche Qual empfunden wie in diesen Augenblicken. Aber so konnte ich nicht gehen. Sag mir jetzt alles, wiederholte ich. Ich muss es wissen. Sie sah mich an, dass mir alles wehtat, aber ich konnte nicht anders. Rede, sagte ich fast rau, sonst gehe ich jetzt im Augenblick zu deinem Vater hinüber. Sie richtete sich unwillig auf und war in ihrer Blässe bei dem Dämmerlicht von einer traurigen und großartigen Schönheit. Sie sprach ohne Leidenschaft, aber lauter als vorher. Also, ich bin nicht frei und du kannst mich nicht haben. Es ist schon ein anderer da. Ist das genug? Nein, sagte ich, das ist nicht genug. Hast du denn den anderen lieb? Lieber als mich? Oh, du, rief sie heftig. Nein, nein, ich habe ihn ja nicht lieb, aber ich bin ihm versprochen und daran ist nichts zu ändern. Warum nicht? Wenn du ihn nicht magst. Damals wusste ich ja noch nichts von dir. Er gefiel mir. Lieb hatte ich ihn nie, aber er war ein rechter Mann und ich kannte keinen anderen. Da habe ich Ja gesagt und jetzt ist es so und es muss so bleiben. Es muss nicht, Helene. So etwas kann man doch auch zurücknehmen. Ja, schon, aber es ist nicht um jenen. Es ist um den Vater. Dem darf ich nicht untreu werden. Aber ich will mit ihm reden. Oh, du Kindskopf, verstehst du denn gar nichts? Ich sah sie an. Sie lachte fast. Verkauft bin ich von meinem Vater und mit meinem Willen. Verkauft für Geld. Im Winter ist Hochzeit. Sie wendete sich ab, ging ein paar Schritte weit und kehrte wieder um. und sagte, Schatz, sei tapfer. Du darfst nicht mehr kommen. Du darfst nicht. Und bloß ums Geld? Musste ich fragen. Sie zuckte die Achseln. Was liegt daran? Mein Vater kann nimmer zurück. Er ist so fest angebunden wie ich. Du kennst ihn nicht. Wenn ich ihn im Stich lasse, gibt es ein Unglück. Also sei brav. Sei gescheit, du Kind. Und dann brach sie plötzlich aus. Versteh doch, du. Und bring mich nicht um. Jetzt kann ich noch, wie ich will. Aber wenn du mich einmal anrührst, ich halte das nimmer aus. Ich kann dir keinen Kuss mehr geben, sonst gehen wir alle verloren. Ein Augenblick war alles still. So still, dass man im Haus drüben den Vater auf- und abgehen hörte. Ich kann heute nichts entscheiden, war meine Antwort. Willst du mir nicht noch sagen, wer ist es? Der andere? Nein, es ist besser, du weißt es nicht. Oh, komm jetzt nicht wieder. Mir zu lieb. Sie ging ins Haus und ich sah ihr nach. Ich wollte fortgehen, vergaß es aber und setzte mich auf die kühlen weißen Steine, hörte dem Wasser zu und fühlte nichts als ein Gleiten, Gleiten und hinwegströmen ohne Ende. Es war, als liefe mein Leben und Helenes Leben und viele ungezählte Schicksale an mir vorbei dahin, schlucht abwärts ins Dunkle, gleichgültig und wortlos wie Wasser. Wie Wasser. Spät und todmüde kam ich nach Haus, schlief und stand am Morgen wieder auf, beschloss, den Koffer zu packen, vergaß es wieder und schlenderte nach dem Frühstück in den Wald. Es wurde kein Gedanke in mir fertig, sie stiegen nur wie Blasen aus einem stillen Wasser in mir auf und platzten und waren nichts mehr, sobald sie sichtbar geworden waren. Also jetzt ist alles aus, dachte ich hier und da, aber es war kein Bild, keine Vorstellung dabei, es war nur ein Wort. Ich konnte dazu aufatmen und mit dem Kopf nicken, aber war so klug wie vorher. Erst im Verlauf des Nachmittags wachten die Liebe und das Elend in mir auf und drohten, mich zu überwältigen. Auch dieser Zustand war kein Boden für gute und klare Gedanken und statt mich zu zwingen und eine besonnene Stunde abzuwarten, ließ ich mich fortreißen und legte mich in der Nähe des Marmorwerks auf die Lauer, bis ich den Herrn Lampard das Haus verlassen und talaufwärts auf der Landstraße gegen das Dorf hin verschwinden sah. Da ging ich hinüber. Als ich eintrat, schrie Helene auf und sah mich tief verwundert an. »Warum?« sagte sie. »Warum noch einmal?« Ich war ratlos und beschämt und bin mir nie so jämmerlich vorgekommen wie da. Die Tür hatte ich noch in der Hand, aber es ließ mich nicht fort. So ging ich langsam zu ihr hin, die mich mit angstvollen, leidenden Blicken ansah. »Verzeih, Helene«, sagte ich nun. Sie nickte viele Male, blickte zu Boden und wieder auf und wiederholte immer, »Warum?« »Warum, oh du?« In Gesicht und Gebärden schien sie älter und reifer und mächtiger geworden zu sein. Ich erschien mir daneben fast wie ein Knabe. »Nun also?« fragte sie schließlich und versuchte zu lächeln. »Sag mir noch etwas,« bat ich beklommen, »damit ich gehen kann.« Ihr Gesicht zuckte. Ich glaubte, sie würde jetzt in Tränen ausbrechen. Aber da lächelte sie unversehens. Ich kann nicht sagen, wie weich und aus Qualen heraus und richtete sich auf und sagte ganz flüsternd, »Komm doch her. Warum stehst du so steif da?« Und ich tat einen Schritt und nahm sie in die Arme. Wir hielten uns mit allen Kräften umklammert und während bei mir die Lust sich immer mehr mit Bangigkeit und Schrecken und Verhaltenem Schluchzen mischte, wurde sie zusehends heiter, streichelte mich wie ein Kind, nannte mich mit fantastischen Kosenamen, biss mich in die Hand und war erfinderisch in kleinen Liebestorheiten. In mir kämpfte ein tiefes Angstgefühl gegen die treibende Leidenschaft. Ich fand keine Worte und hielt Helene an mich gezogen, während sie mich mutwillig und schließlich lachend liebkoste und neckte. »Sei doch ein bisschen froh, du Eiszapfen!« rief sie mir zu und zog mich am Schnurrbart. Und ich fragte ängstlich, »Ja, glaubst du jetzt, dass das noch gut wird, wenn du doch nicht mir gehören kannst?« Sie fasste meinen Kopf mit ihren beiden Händen, sah mir ganz nah ins Gesicht und sagte, »Ja, nun wird alles gut.« »Dann darf ich hierbleiben und morgen wiederkommen und mit deinem Vater sprechen.« »Ja, dummer Bub, das darfst du alles. Du darfst sogar im Gehrock kommen, wenn du einen hast. Morgen ist sowieso Sonntag.« »Jawohl, ich hab einen!« lachte ich und war auf einmal so kindisch froh, dass ich sie mitriss und ein paar Mal mit ihr durch das Zimmer walzte. Dann strandeten wir an der Tischecke, ich hob sie auf meinen Schoß, sie legte die Stirn an meine Wange und ich spielte mit ihrem dunklen, dicken Haar, bis sie aufsprang und zurück trat und ihr Haar wieder aufsteckte, mir mit dem Finger drohte und rief, »Jeden Augenblick kann der Vater kommen! Sind wir Kindsköpfe?« Ich bekam noch einen Kuss und noch einen und aus dem Strauß vom Fenstersims eine Resede an den Hut. Es ging gegen Abend und da es Samstag war, fand ich im Adler allerlei Gesellschaft, trank einen Schoppen nach dem anderen, schob eine Partie Kegel mit und ging dann zeitig heim. Dort holte ich den Gehrock aus dem Schrank, hängte ihn über die Stuhllehne und betrachtete ihn mit Wohlgefallen. Er war so gut wie neu, seinerzeit zum Examen gekauft und seither fast nie getragen. Das schwarze, glänzende Tuch erweckte lauter feierliche und würdevolle Gedanken in mir. Statt ins Bett zu gehen, setzte ich mich hin und überlegte, was ich morgen Helenes Vater zu sagen hätte. Genau und deutlich stellte ich mir vor, wie ich vor ihn treten würde. Bescheiden und doch mit Würde, malte mir seine Einwände, meine Erwiderungen, ja auch seine und meine Gedanken und Gebärden aus. Ich sprach sogar laut, wie ein sich übender Prediger und machte die nötigen Gesten dazu und noch als ich schon im Bett lag und nah am Einschlafen war, deklamierte ich einzelne Sätze aus der mutmaßlichen Unterredung von morgen daher. Dann war es Sonntagmorgen. Ich blieb, um nochmals in Ruhe nachzudenken, im Bett liegen, bis die Kirchenglocken läuteten. Während der Kirchzeit zog ich mein Staatskleid an, mindestens so umständlich und peinlich wie damals vor dem Examen, rasierte mich, trank meine Morgenmilch und hatte Herzklopfen. Unruhig wartete ich, bis der Gottesdienst aus war und schritt, als kaum das Ausläuten vertönt hatte, langsam und ernsthaft und die staubigen Wegstellen vermeidend durch den schon heißen, dunstigen Vormittag die Straße zum Sattelbach und talabwärts meinem Ziel entgegen. Trotz meiner Behutsamkeit geriet ich in dem Gehrock und hohen Kragen in ein leises Schwitzen. Als ich die Marmorsäge erreichte, standen im Weg und auf dem Hof zu meinem Erstaunen und Unbehagen einige Leute aus dem Dorf herum, auf irgendetwas wartend und in kleinen Gruppen leise redend, wie etwa bei einer Gant. Doch mochte ich nicht fragen, was das alles bedeutete und ging an den Leuten vorbei zur Haustür, verwundert und beklommen wie in einem ängstlich sonderbaren Traum. Eintretend stieß ich in dem Flur auf den Verwalter Becker, den ich kurz und verlegen grüßte. Es war mir peinlich, ihn da zu treffen, da er doch glauben musste, ich sei längst abgereist, doch schien er daran nimmer zu denken. Er sah angestrengt und müde aus, auch blass. »So, kommst du auch?« sagte er nickend und mit ziemlich bissiger Stimme. »Ich fürchte, teuerster, du bist heute hier entbehrlich.« »Herr Lampard ist doch da?« fragte ich dagegen. »Jawohl, wo soll er sonst sein?« »Und das Fräulein?« fragte ich. Er deutete auf die Stubentür. »Da drinnen!« Becker nickte und ich wollte eben anklopfen, als die Tür aufging und ein Mann herauskam. Dabei sah ich, dass mehrere Besucher in dem Zimmer herumstanden und dass die Möbel teilweise umgestellt waren. Jetzt wurde ich stutzig. »Becker, du, was ist hier geschehen? Was wollen die Leute? Und du, warum bist du hier?« Der Verwalter drehte sich um und sah mich sonderbar an. »Weißt du's denn nicht?« fragte er mit veränderter Stimme. »Was denn? Nein!« Er stellte sich vor mich hin und sah mir ins Gesicht. »Dann geh nur wieder heim, Junge!« sagte er und fast weich legte er mir die Hand auf den Arm. Mir stieg im Hals ein Würgen auf, eine namenlose Angst flog mir durch alle Glieder und Becker sah mich noch einmal so merkwürdig prüfend an und dann fragte er leise »Hast du gestern mit dem Mädchen gesprochen?« Und als ich rot wurde, hustete er gewaltsam. Es klang aber wie ein Stöhnen. »Was ist mit Helene? Wo ist sie?« fragte ich angstvoll heraus. Becker ging auf und ab und schien mich vergessen zu haben. Ich lehnte am Pfosten des Treppengeländers und fühlte mich von fremden, blutlosen Gestalten beengend und höhnisch umflattert. Nun ging Becker wieder an mir vorbei und sagte »Komm!« und stieg die Treppe hinauf, bis wo sie eine Biegung machte. Dort setzte er sich auf eine Stufe und ich setzte mich neben ihn, mein Gehrock rücksichtslos zerknitternd. Ein Augenblick war es totenstill im ganzen Haus. Dann fing Becker an zu sprechen. »Nimm dein Herz in die Hand und beiß auf die Zähne, Kleiner.« »Also, die Helene Lampert ist tot. Und zwar haben wir sie heute Morgen vor der unteren Stellfalle aus dem Bach gezogen. Sei still, sag nichts und nicht umfallen. Du bist nicht der Einzige, dem das kein Spaß ist. Probier's jetzt und drück die Männlichkeit durch. Jetzt liegt sie in der Stube dort und sieht wieder schön genug aus. Aber wie wir sie herausgeholt haben, das war böse, du. Das war böse.« Er hielt inne und schüttelte den Kopf. »Sei still, nichts sagen. Später ist zum Reden Zeit genug. Es geht mich näher an als dich. Oder nein, lassen wir's. Ich sag dir das alles dann morgen.« »Nein«, bat ich, »Bäcker, sag's mir. Ich muss alles wissen.« »Nun ja. Kommentar und so weiter steht dir jederzeit zu Diensten. Ich kann dir jetzt nur sagen, es war gut mit dir gemeint, dass ich dich all die Zeit hier ins Haus laufen ließ. Man weiß ja nie vorher. Also, ich bin mit der Helene verlobt gewesen. Noch nicht öffentlich, aber...« Im Augenblick meinte ich, ich müsse aufstehen und dem Verwalter mit aller Kraft ins Gesicht schlagen. Ihr schien es zu merken. »Nicht so«, sagte er und sah mich an. »Wie gesagt, zu Erklärungen ist ein Andermalzeit.« Wir saßen schweigend. Wie eine Gespensterjagd flog die ganze Geschichte zwischen Helene und Becker und mir an mir vorüber, so klar wie schnell. Warum hatte ich das nicht früher erfahren? Warum es nicht selber gemerkt? Wie viele Möglichkeiten hätte es da noch gegeben? Nur ein Wort, nur eine Ahnung, und ich wäre still meine Wege gegangen und sie läge jetzt nicht dort unten. Mein Zorn war schon erstickt. Ich fühlte wohl, dass Becker die Wahrheit ahnen musste und ich begriff, welche Last nun auf ihm lag, da er in seiner Sicherheit mich hatte spielen lassen und nun den größeren Teil der Schuld auf seiner Seele hatte. Jetzt musste ich noch eine Frage tun. »Du, Becker, hast du sie lieb gehabt? Ernstlich lieb gehabt?« Er wollte etwas sagen, aber die Stimme brach ihm ab. Er nickte nur, zweimal, dreimal. Und als ich ihn nicken sah, und als ich sah, wie diesem zähen und harten Menschen die Stimme versagte und wie auf seinem übernächtigten Gesicht die Muskeln so deutlich redend zuckten, da fiel mich das ganze Weh erst an. Nach einer guten Weile, da ich durch die versiegenden Tränen aufschaute, stand jener vor mir und hielt mir die Hand hingestrickt. Ich nahm sie an und drückte sie. Er stieg langsam vor mir her die steile Treppe hinunter und öffnete leise die Tür des Wohnzimmers, in dem Helene lag und das sich mit tiefem Grauen an jenem Morgen zum letzten Mal betrat. Ich nehme die Geltingsbeider